wir machen heute ein frisches video und ich laber bloß käse daher was machen wir heute schönes schweinefilet rollbraten gefüllt natürlich genau gefüllten schweinefilet rollbraten genau mit schmeckbohnen dazu und wir machen noch was heißen die komischen knödel da böhmische knödel ja genau da haben wir so einen fertigen gekauft reicht vollkommen und manu macht ein leckeres süßchen dazu aber alles weiter in der kleinen kleinen aber feinen küche also heute habe ich voll oder alt hilfe so freunde bevor wir hier jetzt zu der kleinen aber feinen übersicht kommen der filet rollbraten wird noch schön mit becken umwickelt eingewemst und ich werde den schnippeln binden etc pp und danach wird dann manu schön weitermachen aber was ich noch dazu sagen wollte ich weiß ja nicht ob ihr alle immer die videos komplett bis zum schluss anschaut aber lasst doch mal ein paar mehr däumchen da und ein paar nette kommentare das ist immer viel zu wenig für die arbeit was macht uns danke fürs licht für die arbeit wo wir uns machen für euch genau aber jetzt runter zur kleinen aber feinen übersicht so die kleine auf eine übersicht schönes schweine filet das werde ich noch schnell ein bisschen zurecht parieren und zum aufschneiden hole ich euch dann dazu dann haben wir zwei zwiebelchen was ist das rinderbrühe zum würzen salz pfeffer paprika und ein bisschen knoblauchpulver reicht vollkommen dann haben wir ein bisschen bacon zum einwickeln nachher an senf hat manu hergerichtet hier ja dieses mal haben wir einen rohschinken ist auch vollkommen in ordnung für die füllung ein bisschen knoblauch dann haben wir hier erpackelt princess bohnen und weil die packung so klein war aber gesagt nehmen wir noch ein paar zuckererbschen mit dazu es wird bestimmt lecker und was man noch alles dann brauchen das seht ihr dann im laufe des videos wie gesagt ich pariere das jetzt ein bisschen zurecht und zum aufschneiden sehen wir uns dann wieder jo dann wären wir auch schon so weit ich bin jetzt gerade am überlegen ich werde es auf alle fälle nachher auch noch ein bisschen klopfen dass man einfach ein bisschen größere fläche haben jetzt gucken wir mal wie man das aufschneiden darauf achten dass man nicht unbedingt durchschneiden ja dann versuche ich das zur seite auch noch mal ein bisschen aufzuschneiden da sind wir ein bisschen durchgebrochen ja und doch ja hier und durch klopfen werden wir das ganze jetzt noch ein klein bisschen das wird schon schön auf laden so das sollte reichen oder was denkst du ja rollen in der richtung ja ok soll ich schon mal vorwürzen kannst du machen dann drehen wir das zuerst um das ganze einfach mit salz pfeffer und paprika ein bisschen würzen das natürlich auf jeder seite noch ein bisschen knoblauchgranulat das ist immer lecker ja das erstmal hier ein bisschen einreiben und dasselbe mache ich dann auf der innenseite und nach dem würzen hole ich euch wieder dazu so jetzt habe ich das gerade abgeklärt wie sich man das vorstellt eigentlich schon fast wie eine roulade dann tun wir hier ein bisschen senf drauf und mit zimpf einstreichen man könnte auch monster roulade heute nennen wahrscheinlich so soll ich noch ein bisschen was von dem rohschinken auch rein tun ja habe ich doch gesagt ja ok ok habe ich gerade nicht so ganz mitbekommen was von dem rohschinken noch mit dazu was noch das senf und die zwiebeln zwiebeln da hatte ich aber gerade an die kleinen gehäckseln zwiebeln ok ok zwiebeln werden noch ein bisschen angeröstet was ist denn das hier schön hier gewürzwoller und sobald die zwiebeln angeröstet sind und auch da drauf kommen holen wir euch wieder dazu ich bereite dabei schon mal den bacon vor und alles so leute ich probiere heute was aus indem ich hier jetzt jeweils zwei scheiben bacon links und rechts schon mal halb drunter geschoben habe um den mit einzurollen ja wächst der dichtheit von dem braten nachher die zwiebelchen sehen soweit gut aus habe ich noch ein bisschen getrocknete petersilie rein gemacht weil es sieht optisch eigentlich immer gut aus ok ok jetzt bin ich ja gespannt wie dicht das ganze ding nachher wird so könnte ein bisschen wenig sein ja das reicht vollkommen sehr schön sonst wäre es zu viel ich gebe mal her ich schneide mir nicht noch welche für die zwiebeln ok und ich fange dabei schon mal das rollen an schön langsam und vorsichtig möglichst eng einrollen das schiebt es natürlich jetzt ein bisschen auf das macht aber nichts so und jetzt kommen wir zu der lage von den bacon und den schlagen wir jetzt jeweils ein so hier muss ich den hochziehen ja hätte ich vielleicht ein bisschen früher mit dem bacon anfangen sollen dann wäre komplett mit drin gewesen aber so geht es auch das ist schon eine gute rolle geworden aber schön ja die legen wir jetzt hier kurz auf die seite und dann tue ich mir hier mal den bacon ausbreiten auslegen naja was man so als bacon bezeichnet wieso so schön ist der dieses mal nicht so schön ist der dieses mal nicht ich glaube den haben wir doch schon mal geholt oder und dann haben wir doch festgestellt dass er ein bisschen zu ja zu dünn ist ja zu dünn nicht aber ganz komische scheiben dick ist er da kann man nichts sagen naja irgendwie werden wir das schon hinkriegen er wird ja nachher eh noch eingeschnürt und dann wird das schon gehen so 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 leute ganz furchtbarer bacon naja jetzt schauen wir mal wie wir es hinkriegen so im nachhinein fällt mir ein Hackotza warum habe ich es nicht auf Backpapier gelegt dann wäre das noch einfacher gewesen jetzt zum aufrollen naja naja so so und jetzt verschnür ich noch das ganze so dann probieren wir das mal hier wie war denn das wie war denn das wie war denn das so 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 ja wenn man was nicht regelmäßig macht dann vergisst man immer so viele leute Und jetzt Nein, die Enden verbinde ich jetzt nicht mehr, aber das Stück sollte man noch hier irgendwie reinbinden. Versuche ich doch noch irgendwie rum zu knoten. So, der wäre soweit fertig eingewickelt und alles Weitere rein theoretisch dann mit Manu, oder? Ja. So, mein Lieben, hier ist der schöne Rollbraten, hier machen wir die Zwiebelchen schon mal rein für die Soße, bisschen ringsherum in die Auflaufform. Ein bisschen Knoblauch, auch bisschen klein geschnitten. Und gleich, wenn die Brühe ein bisschen abgekühlt ist, kommt sie dann auch dazu. Und dann geht der Rollbraten für 180 Grad in den Backofen für circa eineinhalb Stunden. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Brühe da rein tue zum Rollbraten. Ja. So, jetzt ist die Rinderbrühe. Dann habe ich noch ein bisschen getrocknete Petersilie rein gemacht. Das geben wir jetzt hier zu. Und jetzt geht der Rollbraten in den Backofen bei 180 Grad. Genau. Und ich möchte noch eine kleine Anmerkung dazu machen. Man hätte den Rollbraten jetzt auch auf dem Spieß in der Heißloffritte machen können, oder schön auf dem Grillen können, oder, oder, oder. Also es hätte da so viele Variationen gegeben, aber dann hätte man kein Sößchen gehabt, so wie das jetzt die Malu eben vorhat und macht. Genau. Richtig. Ja. Das war meine Überlegung einfach, dass wir ein bisschen Sößchen dazu noch essen. Der wird nachher nochmal gedreht im Backofen? Der wird nochmal gedreht, ja. Und vielleicht noch ein bisschen Flüssigkeit zugegossen, wenn es ein bisschen... Einreduziert ist. Einreduziert ist, genau. Alles klar, super. Dann bin ich ja jetzt gespannt. Ich genauso. Ei, da baut sieht das gut aus. Das sieht gut aus, gell? Jo. Jetzt drehen wir sie nochmal links einmal kurz um. Ich habe Angst, dass es so am Knallt. Jedes Mal muss jemanden suchen. Lass mich mal... Was machst du denn? Ich wollte mir eine Gabelkarte dabei holen. Dann geht es nämlich viel einfacher. Ganz genau. So. Ja, und jetzt die zweite Seite. So, falsch. Falsch, falsch, falsch. So wollte ich es haben. Jetzt machen wir erstmal die Speckbohnen. Kochen wir ein bisschen vorher in Salzwasser. Und wenn das Wasser am Kochen ist, hole ich euch wieder dabei. So. Das Wasser kocht. Das ist jetzt Salzwasser. Dann tun wir jetzt einfach die Prinzenbohnen rein. Und unsere Zuckerschoten. Und das kochen wir jetzt vier bis fünf Minuten. Das wir jetzt kochen. Das wir jetzt kochen. Dass es schön weich ist. Und dann werden die abgeschreckt im Eiswasser. Und dann geht es weiter auf dem Herd in der Pfanne. Wenn die dann angebrutzelt. Dann sehen wir uns gleich wieder. So. Unsere Bohnen sind jetzt gleich fertig. Und dann kommen sie ins Eiswasser zum Abschrecken. Warten noch auf den Wecker. Nur noch eine Minute. Jetzt kommen sie ins Eiswasser. Die sind jetzt schön abgeschreckt. Das ist schön ihre grüne Farbe behalten. Geben wir jetzt schon mal die Zwiebeln dazu. Ein bisschen. Ganz bisschen Knoblauch. Die Reste die wir noch übrig hatten. Jetzt kriegen wir ihn ein bisschen anbraten. Aber nicht zu lange. Sonst wenn ihr braun ist. Weil mehr nicht. Mache ich jetzt auch den Speck dazu. Mit Schinken. Und unsere Prinzenbohnen und Zuckerschoten. Und ein bisschen Mehl drauf. Ein bisschen mehr an den Zuckererbsen. Und an den Zuckererbsen. Speck. Speck. Ähm Specksoße. Genau. An den Prinzenbohnen meinte ich. Ein bisschen mehr Binden. So. Fertig ist es eigentlich schon. Dann mache ich noch ein Stückchen Zucker rein. So. So. Wieder mehr. Jetzt machen wir die Soße. Machen bitte nur ein bisschen Pfeffer rein. Geschmacklich ist sie wunderbar. Da muss auf jeden Fall kein Salz rein. Na. Ist jetzt leer? Ne. Und ein bisschen Knoblauch. Und an dicken werden wir sie nur mit Speisestärke. Wasser und Speisestärke drin. Kurz aufköcheln lassen. Jetzt schon mal ausmachen. So. Und fertig ist sie. Jetzt kommt sie zur Seite. Wir wollen ja unsere Knödelchen. Mit Butter und. Mit Butter genau. Ein bisschen anrösten. Ich röste sie jetzt an. Dann sehen wir uns gleich wieder drüben beim Anrichten. So. Oder nee. Zum Warmhalten noch mal kurz eingewickelt. Dann haben wir das Prachtexemplar. Ja. Und dann wollen wir mal anschneiden. Spatzel von der Mitte her. Oder wie willst du es? Gleich vom Rand her. Mach du jetzt mal in der Mitte durch. Mach mal einen schönen gekonnten Mittelschnitt. Schönen Mittelschnitt. Genau. Jetzt schön in die Kamera gezeigt. Ja. Mh. Mh. Leckerchen. Dann wollen wir es mal aufschneiden. Mh. Schön zart zerfällt schon. Mh. Soll ich alles gleich aufschneiden? Ja, natürlich müssen wir essen, ne? Erstmal. Hm? Ja, kannst du ruhig machen. Komplett. Na, wo halt ich ihn jetzt? Ja, und jeder darf seine Schnürchen wieder selber rauspulen. Ja, und schon ist mein Teller angerichtet. Jetzt muss ich erstmal hier noch die Schnürchen raussuchen. Und danach gibt es gleich das Probiererle. Passt das schon? Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, ab in den Hals. Ja. Genau. Allerste Sahne. Die Speckbühnchen mit den Zuckererbsen, Zuckerschoten. Richtig genial. Und für die schnelle Küche, die böhmischen Knödel. Genial. Ein wunderbares Essen. Und schmeckt es gut? Lecker. Und die Soße? Die habe ich noch ein bisschen verdünnt mit Milch, weil die war sehr stark vom Herzen. Leute, ich muss jetzt essen gehen. Zu lecker. So Freunde, dann können wir noch zum Fazit kommen. Ich fand es verdammt lecker. Ja, weiß. Was? Der Braten war, glaube ich, etwas länger drin als angesprochen. Einfach damit der Bacon wirklich von beiden Seiten schön kross wird. Kross war er jetzt nicht, aber er hat ein bisschen Farbe angenommen. Ja, der war gut. Der war auf jeden Fall gut. Einwandfrei. Es war wirklich extrem lecker. Die Knödelchen waren eine hervorragende Wahl dazu. Und Speckzwiebeln? Oh, Speckzwiebeln. Also Speckbohnen. Speckbohnen, ja. Und Erbschen. Brutal lecker. Wirklich hat alles hervorragend zusammengepasst. Richtig satt. Und zufrieden sind wir jetzt. Wohl genährt. Ja. Wenn das Video gefallen hat, Däumchen nach oben. Und ein nettes Kommentar. Definitiv. Die sind immer zu wenig. Wir werden uns auf jeden Fall freuen darüber. Genau. In dem Sinne. Tschauikowski. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.